Warum sollte ich mich langweilen? Wo ist das Wohnzimmer? Miyuki, was ist los? Komm rein! Ja, Ryuchi hat gesagt, dass ich mitkommen soll. Ja, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann macht er es auch. Er könnte es auch für mich getan haben, aber an sowas denkst du nicht. Was hast du gesagt? Ach, nichts! Nichts! Meine Gefühle sind gespalten. Ich verstehe mich selbst nicht mehr. Es ist ein ewiges Auf und Ab und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Am liebsten würde ich jetzt abhauen. Schon fertig. Was machst du da eigentlich? Eine Kleinigkeit zu essen. Wieso? Er hat doch einiges mitgebracht und außerdem hat er sich selbst eingeladen. Ach, das macht mir nichts aus. Wirklich? Er ist ein schrecklicher Egoist, der nie an andere denkt. Ich finde ihn sympathisch. Das ist wohl ein Witz? Das ist kein Witz. Ein Albtraum. Ich fühle mich hervorragend. Wie wäre es mit einem Glas Champagner? Danke. Komm schon, trink! Ryuchi, was ist los? Was gibt's denn? Es wäre besser, wenn ihr den Champagner langsamer trinken würdet. Mach dich nicht lächerlich und sei nicht so steif. Man hat nur einmal im Jahrgeburtstag. Jetzt setz dich da hin und trink mit uns ein Glas und auch mehr. Hey, es ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber du bist wirklich ein hübsches Mädchen. Danke. Ryuchi, scheint dir das nicht ein bisschen... Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, Miyuki. Komm, setz dich zu mir. Danke. Komm, setz dich. Was für ein schöner Abend. Wunderbar. So, jetzt sind wir alle da und können endlich auf meinen Geburtstag anstoßen. Alles Gute zum Geburtstag. Für Ryuchi ein langes, langes Leben und alles andere. Du kannst sehr gut, Miyuki. Miyuki, geht's dir nicht gut? Oh, Entschuldigung, ich glaube, ich bin betrogen. Leg dich doch etwas hin, du hast den Champagner unterschätzt. Ja. Stolz dich, wenn ich mich anlehne? Nein, nein. 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 Ich fühle mich sehr wohl bei dir und es tut mir leid, dass ich dich geschlagen habe. Es ging alles so schnell, dass ich nicht mehr wusste, was ich tat. Meinst du das ehrlich, was du da sagst? Natürlich. Ich meine immer, was ich sage. Das Leben geht weiter, also Prost. Ah, bin ich durstig. Ich habe einen ganz trockenen Mund. Ah, Miyuki. Schmeckt wirklich hervorragend. Ich konnte dir kein Geschenk kaufen. Besser bekommst du das von mir. Ich hoffe, es gefällt dir. Wow. Wirklich? Du machst mich damit sehr glücklich. Pass bitte darauf auf und verliere es nicht. Es ist sehr wertvoll. Ich werde es nie verlieren. Wow, es ist das schönste Geschenk, das ich je bekommen habe. Dieses Herz wird mich immer an dich erinnern. Komm, lass uns tanzen. Ja. 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 Ach, Miyuki, warum hast du nur so viel getrunken? Wenn sie so da liegt und schläft, sieht sie aus wie ein kleiner Engel. Sei still. Sie spricht im Schlaf. Wie wär's mit einem Kuss, Miyuki? Ah. Ah. Ah, war das wunderschön. Sie spricht also im Schlaf. Ich hab noch ne ganze Stunde gewartet, aber aus einem Mariucci hat sie nichts mehr gesagt. Wunderschön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017